Oh, it's showtime! Das sind Konzerte, die ich niemals vergessen werde, weil die sind ganz besonders ganz nah. Ich erlebe nicht nur die Menschen hier, sondern auch, wo sie wohnen, wie sie wohnen. Dann erzählen die mir, dass das erste Mal, wo sie uns gesehen haben, war vor 28 Jahren auf dem Marktplatz in Lübeck und so weiter. Das berührt einen zutiefst, dass diese Treue durch all die Jahrzehnte geblieben ist. Es ist eine Ehre für mich und dass sie mich auch hier empfangen und auch eine große Freude ganz nah an den Fernsehen. Dass unsere Fans oder die Menschen, unserem Publikum uns so lange die Treue hält, das kannst du nicht kaufen, das kannst du nicht planen. Sie sagen, wir lieben euch auch drei Jahrzehnte später. Das ist ein Geschenk irgendwo. Dankeschön. Thank you from all my heart. Das war ein sehr schöner Abend und es ist wirklich mal schön, den Künstler Patricia so nahe zu sehen. Total hin und her noch. Das war wirklich super. Schönen Dank an Mediamarkt auch noch. War sehr schön. War sehr schön. Super. Es war mega Abend, die Künstlerin nahe zu erleben. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Sie ist natürlich, sie ist schön, sie ist ehrlich, sie ist geradeaus, sie singt so fantastisch. Ganz vielen lieben Dank an Mediamarkt Showtime. Patricia ist so eine Nette. Mir hat das so gut gefallen. Das ganze Team ist nett hier. Alle sind nett. Und ich bedanke mich auch bei Mediamarkt, dass da sowas ermöglicht hat. I am the doll you can play with. I'm not. You're for the night entertainment. My heart's already been through so much. But I've had enough. I am the fool you can play. Und ich bedanke mich auch bei Mediamarkt.